Stoße zu euch! Kopfgeldkorrifäe! Neutralisiere Feinde, sammle ihre Kopfgelder! Drei, zwei, eins! Schnapp dir die meisten Kopfgelder, dann wirst du zur Kopfgeldkorrifäe! Ein noch tödlicherer Phantom, wenn sowas überhaupt möglich ist! Drei, zwei, eins! Drei, zwei, eins! Drei, zwei, eins! Drei, zwei, eins! Ah! Greife die neue Kopfgeld-Koryphäe an. Sie ist im feindlichen Team. Sie haben ihre Kopfgeld-Koryphäer auf Eis gelegt. Schnapp für diese Kopfgelder, Kopfgeld-Koryphäer! Barriere fertig! Missionserinnerung! Sammle Kopfgelder von gefallenen Feinden! Neue Kopfgeld-Koryphäer ist ein Feind! Beende ihre Kopfgeld-Jagd! Die Kopfgeld-Koryphäer liegt in einer Schild aktiv! Die Kopfgeld-Koryphäer ist ein Feind-Koryphäer ist ein Feind-Koryphäer. Die Kopfgeld-Koryphäer ist ein Feind-Koryphäer. Die Kopf-Koryphäer sind ein Feind-Koryphäer. Kopfgeld-Coryphäer an. Sie ist im feindlichen Team. Sie hatten ihre Kopfgeld-Coryphäer auf Eisgewicht. A tapi nicht. Der Geltung. Er ist die neue Kopfgeld-Coryphäer. Gibt ihr Deckung. Verbündete Kopfgeldkorriffea neutralisiert. Feinde die Kopfgeldkorriffea am Boden. Missionserinnerung. Sammle Kopfgelder von gefallenen Feinden. Tagebericht. Feinde stecken in der Klemme. Verhalte weiter die Führung. Okay. Verlierer eingesetzt. Verlierer eingesetzt. Die Kopfgeldkorriffea liegt in einem Leichensack. Verbündete Kopfgeldkorriffea neutralisiert. Wir haben eine neue Kopfgeldkorriffea. Decke ihre Flanken. Greife die neue Kopfgeldkorriffea an. Miss den Feindlichen Frieden. Verlierer eingesetzt. Verlierer Kopfgeldkorriffea. Verlierer metrics. Verlierer computing. fontage. Verlierer тел. Schade. Ja, Alter. Oh Mann, was hat er so gut. Schade. Oh, das ist ein nice Headshot. Oh Mann. Ihre Kopfgeld-Coryphäe liegt in einem Leichensack. Dafür Splittergranate! Du hast es gedacht, du bist... Schade. Missionserinnerung. Sammle Kopfgelder von gefallenen Feinden. Wir haben eine neue Kopfgeld-Coryphäe. Decke ihre Flanken. Achtung! Granate! Splittergranate! Schade. Das Flugzeugwerfer-Coryphäe hat eine weitere Kopfgeld-Coryphäe. Die feindliche Kopfgeld-Coryphäe hat Priorität. Schalte sie aus. Schade. 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 Also, das macht die Bödenwester festlegen. Hier kommt die Flammenbreite. Okay, okay. So erledigt das Schattenteam das. Danke, danke.